Bei diesem Anblick öffnen sich nicht nur die Herzen der Feinschmecker. Hallo, ich bin die Daniela. Willkommen bei den drei goldenen Kugeln am Bahnhof. Ich bin Maria. Wir sind die Nummer 1 in Graz. Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie uns besuchen. Schon der griechische Philosoph Demokrit wusste, ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Hallo, ich bin der Adem. Ich arbeite seit vier Jahren bei drei goldenen Kugeln am Bahnhof. Ich freue mich, wenn Sie kommen auf frisch gezärbtes Bier. Alles für knurrende Steirermägen bietet die Speisekarte der drei goldenen Kugeln am Grazer Hauptbahnhof. Groß, gut, günstig. Nicht nur für Reisende. Hallo, ich bin die Andrea. Ich bin seit acht Jahren hier. Ich bin bis spät in die Nacht für Ihren großen Hunger da. Die als erste eröffnete Filiale dieser im ganzen Land bekannten Restaurantkette verwöhnt seine Gäste mit einem sonnendurchfluteten Wintergarten. Dass dieses Wirtshaus niemand hungrig verlässt, ist klar. Die drei goldenen Kugeln setzen bei den ohnehin großzügigen Portionen noch einen drauf. Hallo, ich bin die Renate. Ich arbeite seit drei Jahren bei den drei goldenen Kugeln am Bahnhof. Und probiert unsere riesigen Partyportionen. Dürfen wir vorstellen, das XXL Wiener. So, der Herr, zwei Stück du hast zum Mitnehmen. Ja, gut. Bitteschön. Hallo, ich bin der Dami und nach fast sechs Jahren in der Firma schmeckt mir das Schnitzel immer noch wie am ersten Tag. Übrigens, unsere Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Das Team der drei goldenen Kugeln erfüllt die Wünsche der Gäste mit viel Engagement und einem guten Geist. Hallo, ich bin Jenny. Ich bin fast sieben Jahre alt in drei Kugeln. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Kugeln. Und Sie lieben Desserts? Kein Wunder. Süßes aktiviert unser Belohnungszentrum im Gehirn. Also, lassen Sie sich belohnen. Übrigens, Morgenstund hat nicht nur Gold im Mund. Hallo, ich bin die Simone. Ich arbeite seit drei Jahren in der Firma Drei Goldenen Kugeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei uns zum Frühstück gehen. Und für alle, die ein bisschen später aufstehen, sind die drei goldenen Kugeln am Hauptbahnhof Sonntag und Montag bis 23 Uhr. Und an den übrigen Tagen sogar bis Mitternacht da. Ich freue mich auf Ihren Besuch und ich warte an Sie immer. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017